Nice. Oh, da kommt der Nächste. Alter, aber schon wieder so eine Scheiße. Warte, warte. Ich hab die. Ob wir noch irgendwas zu trinken kaufen können, ja. Trinken? Trinken braucht... na gut, wenn du Wasser abfindest, dann können wir uns auch Juppersaft machen, wenn wir schon hier sind. Der Vorteil, wenn man oft stirbt, ist dann auch nichts zu essen. Du bist doch an der Quelle. Boah. Shit. Nice. Bing, hier wirst du ja langsam doof im Kopf. Bing, bing, bing. Lass uns raus, die kommen uns immer wieder hier einhanden. Guck mal, da kommt die Nächste um die Ecke. Ein bisschen Njokka-Farm. Brauch hier nur zwei Stück. Hast du Wasser? Du brauchst das... ne, aber wir... ach so. Ne, Wasser hab ich nicht. Ne, warte, ich geb dir gleich Dings hier. Okay, ich hab noch was zu essen, was Flüssigkeit gibt. Acht Sekunden noch. Kannst du den Njokka-Saft haben? Äh, und zwar hier... Okay, machen wir erst die Olle. Ich hab durchs... ciao. Ich bin schon mal zu Hause, aber guck in meinem Rucksack. Äh, da ist der... Njokka-Saft drinnen. Hilfe! Mir fehlen die Painkiller, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hilfe! Warte, wo war denn da hinten? Also irgendwie hab ich das Gefühl, die Painkiller sind hier nicht drinnen. Doch, ich hatte zwei, aber du hast mir ja nichts gesagt, sonst hätte ich dir welche gegeben. Ach so. Ach so. Äh... Ich bewache hier deinen Rucksack. Okay. Ich renne. Warte mehr. Dann weg. Proxy, wie sieht denn deine Crafting-Queue aus? Empty. Empty. Okay, dann geb ich dir mal ein bisschen was ab. Mhm. Ich dachte, dass da jemand kommt. Mucki, der kommt jemals. Äh... Was soll ich jetzt? Bist du dich mal wieder finden? Bist du draußen oder drin? Im Haus drin. Guck dir mal, das hier ist für Cerberus. Bist du klein, aber... Guck, guck hier. Runden. 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 Hier war schon jemand drin, oder? Aber gern die Straße hab ich gedacht. Mir fällt immer mehr auf. Ich hab so mit einfach 18 echt meine Probleme. Hey, Dankeschön, 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 Dankeschön. Das Problem ist nur, ich glaub, Camelstone wird uns nicht lange halten, ne? Das ist das Problem. Richtig. Mit was könnte ich noch besser dienen? Ähm, Zement. Du hast gefragt. Du hast gefragt. Unser Proxy. Oder irgendwo 50, naja, 200 Forged Arben finden, zum Aufwerten von Spikes wenigstens. Ne, ist klar. Exploding. Cheerleader drin. Oh. Ich hab hier irgendwelche Turrets oder so. Ja. Turrets ist gut. Mitnehmen. Ich werde mal gleich Holz hacken gehen. Spätestens am nächsten Morgen. Ahn? Ahn? Ach, ähm, er kriegt wieder Bits geschenkt, glaub ich. Ist Holz jetzt erstmal wichtiger, oder? Soll ich weiter Cuddlestown machen? Ähm. Äh, 1100, äh, Steine. Ähm, ne. Holz bauen wir. Holz, 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 Holz. Achso. Also er kriegt keine Bits, er kriegt aber was anderes. Okay. Und ein Dingo war noch hinter mir. Ach du Scheiße. Ich bin verblutet. Was macht denn die Bundeswehr bei dir? Ähm. 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 Ich hab drei Turrets. Ähm. Geil. Dann brauchen wir Eisen für Muni. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Musst mir nur mal sagen, dass du für Muni alles brauchst. Eisen? Nur Eisen? Scrap, Scrap Iron brauchst du. Das ist ja kein Thema. Das ist ja kein Thema. Das kriegen wir zusammen. Das kriegen wir zusammen. Scrap Iron Farben, oder? Ne, mach du mal Holz. Du bist besser schneller. Holz, Scrap Iron. Okay. Ich hab grad ein leichtes Déjà-vu. Irgendwo hab ich halt schon mal gehört den Satz. Bist beim Holz schneller. Also Pause. Bist gleich da, oder? Äh. Äh. Ja, ich bin gleich da. Äh. Benki. Ich hab ja einen. Ich hab ja hier stehen. Sei bei Inga. Für. Ein Zweier. Junk Tourette. Ein Einsa und ein Fimber hab ich hier. Boah. Ich nehm mal Zweier. Bin genügsam. Wunderbar Mensch. Damit kann ich gut Eisen fahren, ne? Also hier neben mir ist auch direkt ne Eisenader, wenn du... Äh. Hier liegt noch dein Schlafsack, Aldo. Vielleicht wegnehmen hier unten. Ja. Mach ich das. Ist ja gleich Nacht. Jetzt verzeiht. Hier ist aber auch ein Arsch voll Zombies jetzt wieder. Äh. Äh. Zwei, drei getötet. Und äh. Ja. Ja. Ich hab da irgendeine Art of Mining Buch. Äh. Okay. Falls Aljo das vielleicht was bringt, oder so. Ja, Alter. Das hat jetzt der Chat hoffentlich gesehen, wie der durchging. Mal meinen Schlafsack. Das soll. Ich bin gleich bei dem raus. Ich grüß dich Fu. 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 Wie der Sword weiter geht, erfahren sie in der nächsten Folge. Vielleicht Wofumo? Vielleicht Wofumo? 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 Irgendwas schlägt ihr da schon wieder, ne? Hey. So nicht. Guck mal her. Okay, bei den Zombies könnte ich eventuell bis zur Nacht Hilfe gebrauchen. Bist du am Eingang, oder wo? Äh, neben dem Gebäude, ja. Er darf mich nicht nochmal schlagen. Ich bin so schon versorgt. Hau. Man sollte sich nicht aufs Bäumefarben konzentrieren, während Zombies außenrum sind. Ach komm noch. Endlich meistens tödlich. Bin gleich da, brau. Brause? Bro? Brause? Brause, Bro. So. Feindläster. Den Rock haben wir da hinten nicht mehr. Aufs Genicht, das muss ich da umbringen. Und aufm Popo. So. Hier ist noch ein Kriecher. Noch einer? In der Wand. Bei mir. Oh. Wer hat denn den, äh, Sprengmeister hier hinter sich hergebracht? Aua! Ich muss natürlich genau aufm Kaktus im Inventar gehen. Toll. Oh. Doch nicht? Oh. Jetzt muss ich weg. Okay. Egal wer den Sprengmeister hinter sich hat, ich hab den Sprengmeister mal weggemacht. Bist du noch ein Rocker? Schick ihm doch ein paar Hunde. Oh ja. Äh. Ja, den mach ich aber nicht von außen. Da hab ich zu wenig. Wo komm ich denn hoch? So, okay. Die Kneipe ist geschlossen. Äh. Es ist gleich 10 Uhr, ne? Sag bloß, sag bloß. Oh. Wollte ich nur mal so erwähnen. Oh. Oh. Ach komm. Ach komm. So, äh. Ach den, der lebt auch noch hinter dir, ne? Sollten auf jeden Fall nach Hause. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Ich bin tot. Ah ne. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Meins. 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 Wir können auch in der Bude hier vorne übernachten. Äh. Da wecken wir natürlich jeden Scheiß auf, ne? Wir können ja auch auf dem Dach. Ja. Hast du eine Wuttrance? Ja. Du auch. Nein. Warte, warte. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier. Mach mal die Klappe, du kleiner Zombie. Jo. Reicht das ja, ne? Müsste eigentlich reichen. Kannst du die Pfeile beim Zombie einsammeln? Wir müssen einen davon weg. Einen, einen davor. Äh. Weil da ist das schräg, das ist das. Sonst ballern wir uns runter. Also hier hoch. Rocker weg. Gut. So zack. Also eine Reihe Spikes ist schon drum herum gesetzt. Das ist gut. Mach mal weiter, wo ich aufgehört hab. Mit dem Essen. Die wachen nicht auf? Ich hab, ich hab noch was für dich. Warte, ich geb dir noch Sachen fürs Essen. Aber, äh, heb dir zwei Schuss auf. Für dich und für mich. Ja, tu rein. Das war so negativ. Bier. Essen. 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 Medics. Medics. Aber mir ist es natürlich heiß, ne? In der Nacht ist, äh... Ich hab den Coachings, weil das auch verweilen. Jetzt ess ich meine erste Dosis. Komm jetzt bitte nicht auf Ideen, Bruder. Ja, du, du, du bist in der Wehe und mir ist heiß. Was soll ich da machen? Regendirektur. Nimm doch einfach mal die Fackel aus der Hand. Vielleicht wird ja nicht mehr so warm. Ja, das hatte ich aber auch vorher schon, dieser, äh... Warmengefühle. Das ist, äh... Hilfe! Ähm... Okay... Ach ja. Irgendwann wird da geschlagen, glaub ich. Ach so. Genau, Küche erinnert nochmal dran. Morgen um 18 Uhr, Mucki gibt ein Bier aus. Äh... Ja. Nicht nur eins wahrscheinlich, dann. Oh, schaut's aus. Nicht nur eins, okay. Fünfer Chunk to it. Cool. Schade ist, dass ich natürlich den Cookie-Pot jetzt gescrappt hab, sonst könnte ich uns jetzt doch über die Nacht noch Wasser fertig kochen. Tja... Und mit Dosen geht's ja nicht mehr. Ja, du auch immer machst. Wieso scrapst du auch den Cookie-Pot? Hier ist noch mehr Essen drin gewesen in der Kiste. Ja, weil wir Platz brauchten. Okay, dann fang mal an, unten eine Fortschulam zu basteln. Ich hab ein bisschen Leder dabei. Wo denkst du denn hin? Weil ansonsten trinken hab ich nichts mehr. Ich hab noch eine Dose Chicken Soup. Hey Jungs, könnt ihr mal ein bisschen Wasser vorbeispringen? Das wär echt nett von euch. Äh... Ich glaube, das wird heute nix an. Das ist halt ein bisschen Weiß. Ah, Vitamine hätte ich noch. Ah, Vitamine, das ist wieder... Moment, wenn ich Vitamine nehme und dann was trinken, was schmutziges Wasser kriege, krieg ich da eine Desterie? Oder ist das hier oben? Ey, was machst du denn da jetzt? Ähm... Achso, dank der Weile, wa? Bei schmutzigem Wasser weiß ich's nicht. Hier ist ein Zombie drin. Oh! Jo, stimmt. Ich hab ja auch nichts. Kommst du klar? Recht Pfuffe. Danke. Da ist er. Oh, das läuft was? Autsch! Entschuldigung, da kommt der nächste hoch. Das hört sich auch schwierig an. Okay. Äh, äh, du, er ist hinter dir. Das ist ganz cool. Ja, gut. Hauptsache, es hemmt erstmal. Brauchen eure Warmgefühle? Etwa Abkühlung mittels Wasser? Ja. Äh, da kommen drei, vier Zombies in die Bude rein, ne? Ja, es sind so einige. Äh, es sind zwei Hawaii-Johnnies. Zieht sie weg. Bei uns in der Bude hier hinten, nicht bei euch. War ja bei Johnnies, ne Krankenschwester. Oh Gott. Otterschaftlicher. Nein. Die sind tot. Meinst du? Ja. Nicht aufgeben! Banzai! Äh, ja, danke, ich bin schonmal, wow. Ich seh vor allem gar nix. Oh Gott. Johnny, mach mal die Tür auf. Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Ach, da geht's noch runter. Geil. Hätte ich das mal gewusst. Mach mal Brause. War mal? Ah. Ja, das ist so unter. Ah. Jetzt ist mir die Brause ausgegangen. Ach, ja. Ei, Tode aber erst. Das geht nicht mehr noch bei mir. Ah. Ah. Äh. Gar nicht, ne? Ach. Äh, gar nicht mehr. Ja. Na, wie sieht's aus Ahnen? Ahnen. Ja. Du bist scheiden. Na, dann. tschüss liebe welt alles bescheiden sie haben mein loch gefunden die frage ist nicht welches anspiel dachhase ach konntet er sich wieder hoch främen das ist schon mal jemand ja jemand holz hier sei mal froh dass da keine spikes runter sind sonst hätte es wieder jemand geklickt ich habe einen blauen ich kämpfe bis zum letzten freunde inzwischen in der nacht was hast du gerade gefragt wie schnell wie gut schreckstrich schlecht sind sie gut gut genug das problem ist halt mit dem schlagen ich denke mal das liegt heute hier am host von al dour und das ist auch nicht weiter schlimm ob ich nun sterbe oder nicht ob ich nun durch zombie sterbe oder durch den captain karacho ist immer das gleiche hast du dir das angesehen ich weiß nicht ob der clip davon gibt es bestimmt einen clip hab ich noch nicht also aus karachos sicht durch so eine enge lücke hat er mich weggeschossen also unabsichtlich natürlich ja es war ja na ja unabsichtlich gerade da unabsichtlich dann mach ich das auch immer unabsichtlich vielleicht war das auch ne Rache von Karaho, weil ich den das jetzt am Sonntag schon gleich auf insane gestellt hab ich verabschiede mich mal, ich knülle und schlatt rücken und ich geht's morgen besser Birnke, du bist genauso erkältet wie ich auch Gute Besserung Gute Besserung Gute Besserung Samstag machen wir wieder Bumsfest Hm, ich komme in Ahn seine Nähe und die Zombies werden mehr Sollen wir das etwas sagen? Ja Bestimmt Minimal Meinst du, wir sollten alles dicht machen bis auf die Treppe hier? Mhm Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Cobblestones Du hast gesagt ich soll aufhören Ja, ich hab mich verschätzt So um ungefähr 80 Flagstones Und 500 Cobblestones Also noch mehr Mag mir jemand den Arsch retten? Nee Wie vor Proxy? Nee Brauchst du ist da? Mhm Ich hab den Laden gecleared Echt jetzt? Ja, ich hab Minen benutzt Ich hab 10 Bonbon Minen gefunden und die hab ich verteilt Alter Sag dir, ich kenn sie bis zum Schloss Hätte ich gewusst, dass ich hier hinten noch durchfahren kann, wäre ich hier drunter gerannt Äh, da ist ja doch noch jemand am Leben Eine noch Wo ist denn mein Rucksack? Ach der ist ja noch runter gefallen Jo Steine Ich brauch Steine Hm, ich auch Jetzt dürft ihr rüber zuerst Weil ich kann ziemlich viele Steine im Hof liegen Okay Jetzt können wir den Laden auseinander pflücken Äh, nein, können wir nicht Zurück, zurück Alter Wann ist eigentlich morgen? Vier oder was? Hm Oh Es geht noch im Keller Oh, ja, oh geil Man sich freut, wenn Brause kommt Erscheint Love sind sie eher Ja Hahaha Oh mein Gott Hahaha Love sind sie eher? What the heck? Ähm 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 What The Heck Was? Buck oder Heck Buck Oder Heck meine ich Buck oder Heck, genau Ich stecke in der Welt fest Buck Board oder Steuer Board Buck Board Interessant Woah Äh, ich hab was für dich draußen Ich stecke so zu heftig Ich hab jetzt auch ein M60-Ding gefunden, aber Hier draußen, Vorsicht, sind überall Spikes Ähm Macht es um hier nicht Sagen Hahaha Was soll ich draus machen? ganz schnell 72 alles klar ja da würde ich aber eher meine akabe vorzugehen bis jetzt also wir wussten ja nicht dass du ein paar stipps stream must alle zehn minuten verlieben sich zwei mit mitspieler miteinander cool bei mir überlagern sich stein und xp balken ich habe die xp über dem stein ja doch doch habe ich habe ich habe ich habe ja noch zwei okay das war die falsche ausfahrt lassen zurück noch eine nacht hier und ich verliebe mich in dich so ich gehe mal steine kloppen wir kommen jetzt haben wir hier rein die haben sich durchgepackt buddelt glaube ich warum der weg in loch in der wand der politischen man kommt auch noch oh ja da ist eine lücke im saun demolition man ist gar nicht gut scheiße scheiße der ist drin der ist drin der ist drin ich versuche raus zu holen ich hoffe ich habe abgelenkt lange genug los zurück versuchen rauszuziehen haben wir noch nicht das ist gut vier prozent ich habe auch nicht genau mit dem lager noch gucken wenn wir gerade auf dem weg sind alter ist der weggeglitscht genau auf den kopf gezielt dann war der kopf auf einmal weg und jetzt waren wir mit ihm ich würde da eher sagen mehr loot wird heute glaube ich okay sauber hast du noch zwei cobblestones ein bisschen lückenhaft da haben sich mal ganz schön durchgeballert ich habe da den komplett repariert vor uns ist ein geier mit zwölf von otter stein ja ein geier kommt ja und das sauber ist der ist bei mir noch arschweit weg so geht es auch oh okay wieder dicht und ein swathelmet oh das ist schön ein drop ja jo sind auch hin und wieder mal minen drin so dann mache ich mal noch steine körper hey oh hast du noch holz dann nicht wo ist was sanchai heute eigentlich wenn man mir auch raus hilft dann habe ich vermutlich auch ein bisschen holz noch knappe sache so den kann man noch erhalten ganz interessant ich bin mal auf dem weg zu dir da ist ein dingo wo hinter mir aber ich glaube der hat nicht gesehen das ist Untertitelung des ZDF, 2020